Hallo und herzlich willkommen zu Part 182 von Dauntless. Jo, ich werde sehr oft gefragt, ja, wie kann man bei Malarion die Teile brechen, wie kann man das ganz gut schaffen. Ich habe auch schon ein paar mal mit Randoms gespielt, wo ich ehrlicherweise, oder ganz ehrlich gesagt, nicht ganz zufrieden mit dem Ergebnis war, weil es doch relativ lang gedauert hat, bis man da, sag ich mal, zu Malarion kam. Oder wenn man ihn überhaupt geschafft hat, dann war es manchmal super eng. Oder es war sogar, gut, bei einem Fail war ich wirklich persönlich noch gar nicht dabei, aber ich habe mir dann sagen lassen, auch von anderen, jetzt zum Beispiel sehe ich hier gerade, Brownie ist online, der hat mir, glaube ich, ich glaube, er war es, er hat geschrieben, ja, ich habe mit ein paar Randoms gespielt und dann sind sogar Fails dabei und so. Und das soll natürlich nicht passieren und deswegen möchte ich euch ganz gerne im heutigen Part, sag ich mal, einen möglichen Bildvorschlag zeigen, der eigentlich absolut idiotensicher ist, sag ich mal. Baut die Dinger nach und wenn ihr es nicht ganz schafft, baut es zumindest mal ähnlich nach. Geht damit rein, stimmt eure Truppe damit ab oder, ja, wie gesagt, macht ihr es wenigstens richtig, dann machen es vielleicht mehrere andere auch richtig oder fragen euch, wo habt ihr das Bild her und so weiter. Und dann könnt ihr auch gerne meinen Kanal nennen und dann können sie sich das angucken, also gerne auch die Informationen weitergeben. Und wenn euch das Ganze gefällt und ihr möchtet mich unterstützen, könnt ihr hier, unterstütze einen Creator, hier wurde ich gefragt, was muss ich da genau machen, hier, meinen Namen eingeben, Monti, ups, so, Montix eingeben und dann mit X bestätigen, oh, täglicher Bonus holen wir uns natürlich auch noch gerade mit, dann machen wir noch den ganzen Standardkram noch kurz. So, und dann seht ihr hier zum Beispiel, du unterstützt derzeit Montix. Ja, so funktioniert das, wurde ich tatsächlich wieder gefragt, wie das funktioniert, finde ich schon geil, ich habe es jetzt, denke ich mal, schon öfter gesagt, guckt doch mal genauer. So, ein bisschen Eigeninitiative ist auch nicht schlecht. So, und dass ihr seht, dass das Ganze auch funktioniert, den Bildvorschlag, den ich euch jetzt zeige, wie gesagt, kein einziger Fail, wir sind immer mit Gruppen reingegangen, teilweise mit Randoms und haben es immer easy geschafft. Ich werde auch noch ein bisschen was zusammenschneiden und euch in den Anhang hier stellen, ich glaube, sieben Minuten waren, glaube ich, zwei Runs, also seht ihr auch, Malarion liegt da relativ schnell und das ist mein Ergebnis, was ich da, was weiß ich, von vier, fünf Stunden Spielzeit, sechs Stunden, sieben Stunden Spielzeit habe, also ich könnte mir die Waffe zweimal bauen, grundsätzlich mal bauen, ich könnte die Rüstung bauen, also es funktioniert super easy. Wenn man das jetzt hochrechnet, brauche ich, was weiß ich, zwei, drei, vier, fünf, sechs Spieltage und kann mir eigentlich alles bauen. Dann ist alles fertig und das war's. Ja, und es wird ja immer schneller und immer besser, sage ich mal, auch dadurch, dass man hier die Laterne weiter auflevelt. Dieser Wert wird ja verfünffacht, hier 38, der wird ja verfünffacht bei der Eskalation, das heißt, da ist auch noch ein bisschen was drin, also auch nochmal Schnelligkeitsgewinn. Ja, zum Bild, wir spielen mit Scans Zertrümmerer, mit Zelle der wilden Raserei und Zelle der Eisgeburt, Braue des Eises mit Zelle der Disziplin, um Disziplin direkt am Start zu haben, Zelle der Schärfe, falls ihr Disziplin nicht habt, könnt ihr sie ja euch jetzt kaufen, über die Stahlmarken, die ihr im Jagdpass bekommt, 300 Kosten, die ihr braucht sie hier in dem Bild nur einmal. Ansonsten sehe ich hier absolut normale, sage ich mal, da habe ich noch gar nicht drauf geachtet, also es ist auch absolut für Anfänger eigentlich geeignet. Ihr könnt euch über den Jagdpass die Stahlmarken holen, geht dann zu der Lady Fortuna, kauft euch einmal Disziplin und dann könnt ihr das eigentlich schon so nachbauen. Schattenmark oben zu haben, ist dann vielleicht schon eine Herausforderung, aber da kann man das Bild auch ein bisschen umbauen. Guckt einfach, dass ihr ungefähr auf diese Werte kommt. Wichtig ist, Garnzer Trümmer drin zu haben, Eis geboren drin zu haben und geschärft drin zu haben. Das sind, sage ich mal, die wichtigsten Sachen. Und dann kommen so Sachen wie wilde Raserei, Wut, ätherische Regulation, Disziplin sollten natürlich auch drin sein, dass direkt diese Fähigkeiten hier zünden. Gewichtete Treffer völlig unwichtig und Knockout-König eigentlich auch unwichtig, also da könnt ihr schon ein bisschen umbauen. Warum habe ich das jetzt überhaupt so und habe es nicht geändert? Ich brauche hier oben halt bei Brau des Eises noch, sage ich mal, eine Kraftzelle, um Disziplin reinzubauen. Da habe ich jetzt keinen anderen Helm gefunden, so auf die Schnelle. Hier könnte man zum Beispiel auch mit Wut umbauen oder hier, naja, weiß ich nicht. Ja, kann man verschiedenste Sachen umbauen. Hier ätherische Regulation, stimmt, das könnte man eigentlich noch reinnehmen, fällt mir gerade auf. Ich habe nämlich hier ätherische Regulation 3 drin, also man könnte auch so umbauen, dann ätherische Regulation 6 spielen. Das wäre auch super geil. Also diesen anderen Helm, den ich ja gerade gezeigt habe, war glaube ich, Rask-Schuppenhelm, also auch super leicht zu erfahren. Hat sogar Blitzwiderstand, also wäre auch super geil geeignet. Ihr seht, man kann es leicht umbauen, dann fehlt euch halt einmal Knockout-König, aber ihr habt die ätherische Regulation, holt euch eine Laterne dann rein, die immer wieder schnell zünden kann und ihr habt ja dann die Möglichkeit, zum Beispiel Embermans-Range hier, könnt ihr immer wieder zünden. Durch die ätherische Regulation wird die immer wieder schnell aufgeladen, ihr zündet immer wieder schneller und könnt dadurch gewisse Sachen dann triggern, die man in der Jagd bekommen kann. Also bei der Eskalation, da gibt es ja diese Fähigkeiten, wenn die Laterne gestartet wird, dann wird die ganze Gruppe geheilt oder irgendwie gibt es einen Angriffs-Buff und so ein Kram. Und dann ist das natürlich sehr geil, auch da drüber zu spielen. Also ihr seht es schon, es ist ein bisschen veränderbar. Ich bleibe jetzt zuerst mal bei meiner Variante und dann sage ich nochmal ganz kurz was zu der anderen Variante. Also Skarnster Trümmerer, warum überhaupt mit Gewichter Treffer und Knockout? Früher war Skarnster Trümmerer mit Knockout-König. Gut möglich, dass wir bald wieder einen Patch sehen, wo wieder Knockout-König draufkommt. Irgendwie verpeilen die das immer. Immer bei neuen Patches ist kurz Skarnster Trümmerer mit Gewichter Treffer und dann wird es wieder zu Knockout verändert. Ich denke, das wird jetzt auch bald wieder so sein. Da haben wir in diesem Bild 6er Knockout-König und dann ist es natürlich nochmal geiler. Ja, ansonsten lasst es einfach so. Braue des Eises mit Zelle der Disziplin, habe ich ja schon gesagt. Schattenmarkt mit Zelle der Schärfung. Borealische Macht, Zelle der Schärfung. Und Borealischer Marsch mit Zelle der Wilden Raserei. Wenn ihr sagt, oh Gott, ich komme da gar nicht durch oder was soll ich da mit Schärfung oder sonst was, könnt ihr natürlich auch ganz gern Überwältigung einbauen, um halt die Monster, wenn sie zu Boden fallen, halt mehr Schaden zu machen. Ich finde es nicht sinnvoll. Warum? Was ist unser Ziel bei Eskalation? Ist natürlich eigentlich am Schluss bei Malarion die Teile brechen. Und das ist halt das große Ding. Teile brechen, Teile brechen, Teile brechen. Und das werdet ihr auch gleich im Anhang sehen. Und deswegen 6er geschärft rein. Der Schaden kommt über die Buffs hier. Also wenn ihr aufsteigt, über die Laterne. Und es kommt über die Buffs, die man in dem Kampffortschritt bekommt. Also diese Perks, die man sich da aussuchen kann. Wie gesagt, da kommt ja folgende Werte. 6er Eisgeboren, 6er Geschärft, 6er Wilde Raserei, 6er Wut, 3er Ätherische Regulation, 3er Disziplin, 3er Gewichte Treffer und 3er Knockout König. Absolut geil. Absolut idiotensicher, weil man sich immer super geil ein Schild aufbaut. Und Tränke sind dann, sage ich mal, austauschbar, wie ihr wollt. Mit Lebensraubdrang, Angriffstrang. Ihr könnt auch den Ausdauertrank mitnehmen am Schluss, wenn Malarion da so rumfliegt und so. Und ihr habt da Probleme, dass die Ausdauer zu schnell unten ist. Und die Laterne nehme ich persönlich Shrikes Eifer mit, um die Gruppe zu buffen. Die 15% Angriffs- und Bewegungsgeschwindigkeit zu buffen. Das sollte wirklich eigentlich nur einer, maximal zwei Leute in der Gruppe mitnehmen. Alle anderen sollten schnellere Laternen mitnehmen, wie ich es eben schon gesagt habe. Und diese Leute könnten dann auch umbauen und könnten hier Brauer des Eises gegen den Drast-Schuppenhelm austauschen. Und dann sich halt dort Disziplin einbauen. Ich denke, ich habe es jetzt genügend erklärt. In den Anhang werde ich jetzt noch setzen. Ja, gezeigt. Mein Ergebnis habe ich ja schon gezeigt. Jetzt bin ich schon durcheinander. Ja, klar, habe ich gezeigt. Ja, also seht, das hat super geil funktioniert. Wir hauen die, was weiß ich, in 10, 15 Minuten hauen wir da immer so einen ganzen Durchgang durch. Also es ist echt ganz schnell gemacht, sage ich mal, mit dem Bild. Wenn alle vier diesen Bild spielen. Zu der Skillung sage ich dann morgen oder im nächsten Part ein bisschen was. Es könnte sein, der wird heute noch kommen. Werde ich noch ein paar zusammenschneiden. Und euch dann zeigen, okay, wie soll die Skillung, die Laternen-Skillung hier dazu aussehen. Das muss ich jetzt gleich noch ein bisschen vorbereiten, ein bisschen ändern. Aber ansonsten mit dem Bild hier spielen. In den Anhang hänge ich jetzt noch ein bisschen, wie wir gegen Malarion gekämpft haben. Da seht ihr das auch, dass wir dann die Teilbrüche am Start haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann bis gleich bei Malarion. So, und hier sind wir dann bei diesen Jagden, die ich angesprochen habe. Oh, ich hoffe, meine Box ist nicht zu laut. Ne, dürfte eigentlich schon passen. Ja, da haben wir mit diesem Teilbruch-Bild gespielt. Also zwei, drei, ich glaube, drei Leute von uns haben genau mit diesem Bild gespielt. Und ich glaube, nur Batz ein anderes oder vielleicht hat er sogar gleich gespielt. Das seht ihr auch, wie wir jetzt gegen Malarion vorgehen. Das wollte ich euch auch mal zeigen. Habt ihr gesehen, zum Beispiel, jetzt ist hier Batz vorgerannt. Das werden wir gleich wiedersehen. Ich muss mal gerade meine Box ein bisschen leiser machen. Ganz kurzer Moment, bitte. Das irritiert mich nämlich gerade. Ja, da habt ihr es vielleicht gesehen. Wir lassen immer einen vorrennen, der sich dann freiwillig von ihm fressen lässt. Dann ist man so kurz im Maul drin. Und dann haben die anderen drei die Möglichkeit, sag ich mal, ihn in der Zeit relativ schnell zu unterbrechen. Einfach hingehen, schweren Schaden auf ihn machen und dann unterbricht man ihn. Und was wir jetzt konkret angesagt haben, weiß ich halt nicht mehr. Ich habe jetzt einfach zwei Monsterkämpfe hier rausgesucht, Malarionkämpfe. Mein Gottes, ich bin noch früher morgens, war jetzt alles so viel. Wir haben die letzten Tage, da sehen wir auch schön, wie ich da ihn bereite, sag ich mal. Könnt ihr euch auch mal angucken, die Ausdauer, wie die jetzt runtergetroppt ist. Also das ist das halt, wenn man ihn bereitet oder berittet, bereitet, nee, wenn man auf ihm reitet, dann droppt halt die Ausdauer nach unten. Und man könnte natürlich jetzt auch irgendwie ein Bild anpassen, dass man ihn besser reiten kann und so. Werde ich gleich noch was dazu sagen. Also ein Thema nach einem anderen. Ihr seht es, wir lassen ihn am Anfang vorrennen, lassen ihn dann fressen. Und dann gehen die anderen hin und nocken ihn. Mehrere Leute machen ein bisschen Schaden auf den Kopf. Ich bin hier schon Richtung Schwanz gegangen. Ich denke, wir haben Schwanz angesagt. Und ihr seht es, der liegt ja schon wieder. Wir hatten später noch bessere Runs. Was beim Schwanz ein bisschen nervt, das sieht man hier jetzt vielleicht so ein bisschen. Der Schwanz hat keinen richtigen Widerstand, sag ich mal. Also wenn man gegen den Schwanz, man kann die durch den Schwanz durchlaufen. Und da habe ich später, in den späteren Kämpfen, das hier sind noch frühe Kämpfe, habe ich es dann so gemacht, dass ich den Schwanz in seiner Länge praktisch, sag ich mal, abgelaufen bin. Klingt zwar sehr, sehr merkwürdig, war aber so, dass man praktisch unten anfängt an der Schwanzspitze. Und dann, ah, seht man hier, jetzt wird auch wieder einer gekaut. Jetzt hätte man ihn unterbrechen können. Das haben wir jetzt nicht mehr gerafft, haben es nicht mehr hinbekommen. Ja, und da sind halt ein paar Leute down. Das macht aber gar nichts. Wie ich schon gesagt habe mit dem Bild hier, ihr seht es ja unten, ich verbrauche eigentlich kaum Tränke. Ich habe euch ja jetzt im ersten Teil des Videos den Bildvorschlag gezeigt. Mit dem Bild habe ich komplett durchgespielt. Wir haben nicht einen Fail gehabt. Ich bin auch, glaube ich, ein einziges Mal, wo ich aufgehoben werden musste, weil ich wirklich total schlecht gespielt habe. Ich glaube, das war sogar am Schluss, weil ich einfach irgendwann unkonzentriert wurde. Irgendwann wird es dann halt auch ein bisschen langweiliger, wenn man den die ganze Zeit abfarmt, logischerweise. Und man wird unkonzentrierter, redet ein bisschen Blödsinn. Da sehen wir wieder, ich glaube, das war jetzt ein Teilbruch oder irgendwas. Und da gehen wieder alle Richtung Schwanz und dann versuchen wir mal, den Schwanz zu brechen. Und wir haben es später mit höheren Schadenszahlen und so. Man wird hier immer ein bisschen stärker. Haben wir es dann geschafft, sage ich mal, ihm immer zwei oder drei Teile abzubrechen. Am Anfang sind wir hier, glaube ich, noch Richtung Schwanz gegangen und später sind wir auf den Flügel gegangen. Kann auch sein, dass das hier schon die Zusammenschnitte des Flügels waren. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir die Teile gebrochen. Ihr seht es ja jetzt auch, ich habe es jetzt einfach nur als Beweis angehangen. Da sind es schon zwei Bruchstücke. Ich weiß nicht, ob wir einen dritten noch schaffen können. Ne, ich glaube es nicht mehr. Ich glaube, der ist jetzt gleich down. Aber haben wir zwei oder drei Teilbrüche hier gesehen. Da wird nochmal einer angeknabbert. Hier, Schwanz sperr bekommen. Und da schreiben wir halt schon viele, dass sie mit dem Schwanz da Probleme haben. Und wenn man damit geschärft reingeht und sich ein bisschen auf den Schwanz konzentriert, geht das. Hier sieht man es jetzt sehr schön. Bazi stellt sich vorne hin, lässt sich anknabbern. Die anderen gehen hin, fahren schweren Schaden drauf. Was mache ich denn da? Ach du Gott, da haben wir es nicht geschafft. Ach du Scheiße. Ist ja super, dass ich es euch zeige. Ja, ich habe es ja gesagt. Also ein bisschen muss man es schon hinkriegen. Da haben wir es irgendwie verrafft. Ihr habt es ja gesehen. Ich habe Luftlöcher geschlagen. Macht da irgendeinen Scheiß? Ich habe gestern von der Zusammenstellung, also als wir ein bisschen gezockt haben, habe ich mal bei jedem Endbosskampf, sage ich mal, habe ich mir eine Zahl aufgeschrieben und habe jetzt einfach zwei Stück wahllos hier rausgezogen und habe eigentlich gedacht, dass das ganz gut klappt. Aber ihr seht es ja, Vorführeffekt. War natürlich nicht so geil jetzt. Ja, hier sieht man dann ein bisschen ausreiten. Jetzt guckt auf die Ausdauer. Seht ihr, wie die runter droppt? Ja, jetzt bin ich auch runtergefallen schon. Also man kann das durchaus schaffen, dauerhaft ein bisschen auf ihn draufzureiten und dann mit B, jetzt bei der Xbox ist das B, der rechte Knopf sozusagen, der Ausweichknopf. Da kann man dann ein bisschen, sage ich mal, von ihm weg oder kann von ihm runterspringen und dann mit RT, mit der Schultertaste, wieder an ihn ranspringen. Eventuell könnte man da ganz gut mit der Schädelschmiede auch spielen, mit diesem Helm. Ja, jetzt haben wir ihn hier unterbrochen, währenddessen er einen von uns angeknabbert hat und da seht ihr das. Da gehe ich auch direkt wieder Richtung Schwanz. Ich glaube, hier sage ich sogar, Jungs, es kommt Richtung Schwanz. Ja, und da haben wir halt einfach noch den Schwanz fokussiert. Und später haben wir das so gemacht, dann sind wir halt Richtung Flügel und so gegangen. Da haben wir da mehr Schaden auf Flügel gemacht. Und ihr seht es ja, jetzt sind wir zwar ein-, zweimal umgefallen, aber wir kippen eigentlich vorher gar nicht um. Hier schöne Unterbrechung gesehen, ich glaube von Shadow, sehr schön. Ja, da war meine Ausdauer ein bisschen unten. Also das kann ich euch noch empfehlen. Ich würde vielleicht den Ausdauertrank einpacken, als einzigen Trank nutzen, während des ganzen Kampfes, muss ich sagen, würde ich den nutzen. Und zwar hier im Endkampf. Einfach Ausdauertrank reinmachen, ein-, zweimal länger dauert der Kampf eh nicht. Und da hat man immer schön durchgängig ausdauern, kann da sprinten. Und so kann man sich dann eigentlich auch die eine Fähigkeit mit diesem schnellen Sprinten da sparen. Ja, kann man machen. Warum, wieso, sage ich noch. Im nächsten Part mit der Skillung und so. Und dann wäre jetzt, hätte ich jetzt nicht zweimal schon das Problem gehabt, dass mir hier die Ausdauer ausgeht. Das werde ich auf jeden Fall so machen. Bei den nächsten Kämpfen werde ich mir den Ausdauertrank mitnehmen. Und wenn man es dann auf die Spitze treiben will und sein Bild so umbauen will, dass man da auf ihm rumreitet, könnte man dann die Schädelschmiede noch mit einpacken, dass man den Ausdauerschild da generiert und so vielleicht länger auf ihm draufbleiben. Ich habe es noch nicht getestet. Ich bleibe hier bei meinem Geschärftbild und will die Teile brechen und so ein Kram. Alles andere interessiert mich jetzt am Anfang mal gar nicht. Da werde ich auch noch ein Video dazu machen, wo man vielleicht mal sieht, okay, man kann lang auf ihm rumreiten. Bazzi wurde hier schön gefressen und geblättet. Er ist dann aufgestanden. Aber ich finde es nicht so eine gute Idee, sage ich mal, sein Bild anzupassen. Da sehen wir auch einen Teilbruch schon auf dem Boden liegen. Sein Bild da anzupassen, nur für diese kurze Phase, wo ich ihn bereiten kann. Also sonst hilft mir das ja relativ wenig. Bei den anderen Monstern brauche ich keinen Ausdauer. Trank, sage ich, Ausdaueregeneration. Nur hier würde mir das was helfen. Und dann fehlt mir so viel Knockout oder so viel ätherische Regulation oder was auch immer ihr dann da auf dem Helm drauf habt. Jetzt gehen wir noch einmal Richtung Schwanz. Ich glaube, der ist dann, ja, jetzt bricht er auch gerade. Und da sehe ich das wieder. Zwei Teilbrüche, sehr, sehr nice. Späler haben wir eigentlich in den Runs immer drei geschafft. Und da bin ich auch nicht so oft umgefallen. Schmuse, Rentner, moin. Ja, und ich denke, dass ich euch mit dem Bild auf jeden Fall helfen kann. Also es ist auf jeden Fall ein idiotensicheres Bild. Ihr seht es ja, ich kann ja jetzt nicht mal sagen, wir spielen hier mega geil oder machen irgendwas super geil richtig. Komischerweise habe ich auch echt schlechte Runs rausgesucht. Aber egal. Ja, ich hoffe, es helft euch. Spielt es nach. Skillung kommt morgen oder demnächst. Bis dann. Haut rein. Ciao. 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 Ciao.